Das Netzmuster wird über vier Reihen gearbeitet. Sie beginnen mit einer Reihe auf der linken Seite. In der ersten Reihe stricken Sie alle Maschen links. Die zweite Reihe beginnen Sie mit zwei Maschen rechts und wiederholen dann ein Umschlag drei Maschen rechts, mit der linken Nadel die erste dieser drei Maschen über die zwei anderen heben, wiederholen Sie dies bis zur letzten Masche, die Sie rechts stricken. In der dritten Reihe stricken Sie alle Maschen links. In der vierten Reihe wird das Muster versetzt. Stricken Sie eine Masche rechts und wiederholen dann drei Maschen rechts, mit der linken Nadel die erste dieser drei Maschen über die zwei anderen heben, ein Umschlag, wiederholen Sie dies bis zu den letzten zwei Maschen, die Sie rechts stricken. Diese vier Reihen bilden den Mustersatz, den Sie stets wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020